Seid gegrüßt ihr Lieben. Heute stelle ich euch den Engel des Mitgefühls vor. Der Engel des Mitgefühls erinnert uns, dass es mal wieder an der Zeit ist, auf andere Menschen zuzugehen. Ja, auf sie zu achten. Schon mit einer Umarmung oder einem Lächeln tragen wir Freude in die Welt. Ein liebevoller Blick in andere Augen kann uns miteinander verbinden. Wenn wir den Menschen und Tieren unser Mitgefühl zeigen, wird das Leben positiv. Für alle, auch für uns. Höre die Botschaft vom Engel des Mitgefühls. Mitgefühl ist ein wundersames Gut und macht dich zu einem achtbaren Menschen. Dein Verständnis und deine Liebe zeigt, dass es dir gut geht. Und das ist ein unbeschreiblich herrliches Gefühl und ein wundervolles Geschenk. Und hier die Anrufung zu dem Engel des Mitgefühls. Wenn es mir schlecht geht, hülle mich in deine wohltuende Energie. Dann werde ich von meinen Sorgen und meinem Kummer loslassen und die Geborgenheit spüren. Engel des Mitgefühls, dafür danke ich dir. Amen. Bis zur nächsten Botschaft. Herzlichst, Diria.